Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich Ihnen unsere Top 4 der besten LKW GPS Geräte 2022 vorstelle. Los geht's! Auf Platz 4 haben wir das TomTom Go Expert 7 Truck GPS gewählt. Mit seinem HD Bildschirm und seiner unvergleichlichen Reaktionsfähigkeit begleitet sie das TomTom Go Expert 7 GPS mit Zuversicht auf der Straße. Es bietet Ihnen nämlich sinnvolle Routen an und umgeht Staus entsprechend den Eigenschaften Ihres Fahrzeugs. Da sich die Bedingungen jederzeit ändern können, antizipiert dieses GPS alle Ereignisse, die auf Ihrer Route auftreten. Dieses Gerät ist ein sehr reaktionsschnelles Gerät aus der TomTom Reihe. Es bietet Ihnen top aktuelle Karten, alle für den Schwerlastverkehr zugelassenen Routen und auch intelligente Routen zur Stauvermeidung. So können Sie Ihre Fahrten in aller Seelenruhe antreten. Es wird dreimal schneller über WiFi aktualisiert, sodass Sie Zugang zu den neuesten Weltkarten mit großer Genauigkeit haben. Der große, helle 6 Zoll 7 HD Bildschirm mit optimaler Auflösung bietet Ihnen während der gesamten Fahrt klare Sicht. Der TomTom Go warnt Sie in Echtzeit vor den verschiedenen Einschränkungen. So können Sie Dinge wie Brücken, Mautgebühren, ADR Tunnel und Umweltzonen vorhersehen. Sie können auch Ihre Route ändern, um ungeeignete Straßen zu vermeiden. Wie immer bei Top Tech, wenn Sie mehr Details über die technischen Eigenschaften erfahren möchten und die besten Preise, die wir für Sie im Internet gefunden haben, erhalten möchten, gehen Sie zur Beschreibung dieses Videos. Dort haben Sie alle klickbaren Links zu Ihrer Verfügung. Auf Platz 3 haben wir das Garmin 010-02313-10 Heavy Duty GPS gewählt. Das Modell Garmin 010-02313-10 aus der Dezel-Serie ermöglicht es Ihnen, sicher zu fahren. Es warnt Sie vor allen potenziellen Gefahren, denen Sie auf Ihrer Reise begegnen. Dies gilt insbesondere für enge Kurven, Brückenhöhen und dergleichen. Wenn Sie dieses GPS mit Ihrer drahtlosen Rückfahrkamera verbinden, können Sie problemlos rückwärts fahren. Es ermöglicht Ihnen auch, die von anderen LKW-Fahrern am häufigsten nachgefragten Routen zu entdecken, um neue Gebiete zu bereisen. Dank des Sprachassistenten haben Sie die volle Kontrolle über das GPS, während Sie die Hände am Lenkrad lassen. Dies gewährleistet ein vorsichtiges und sicheres Fahren. Das Garmin 010-02313-10 verfügt über einen scharfen und hellen 10 Zoll Touchscreen. Sein Ziel ist es, die Bedienung und die Sicht in der Kabine zu verbessern und zu vereinfachen. Außerdem können Sie die Ausrichtung dieses Navigationsbildschirms frei wählen, entweder im Quer- oder im Hochformat. Ein weiteres Element, das dieses Modell zu einem der besten LKW-Navigationsgeräte seiner Generation macht, ist die Tatsache, dass es über detaillierte Karten von Europa verfügt. So gibt es alle Einschränkungen für große Transporteure wie gefährliche Kurven, die Höhe von Brücken, Gewichtsgrenzen und andere. Auf Platz 2 haben wir das Dezelcam 785 LMT Garmin gewählt. Dieses Gerät ist mit seinem 7 Zoll Touchscreen ideal für Fahrer, die eine gute Sicht auf der Straße haben möchten. Außerdem verfügt es über hochpräzise Navigationskarten. Dies geschieht per Sprachbefehl mit verbundenen und erweiterten Funktionen. Das gleiche gilt für die integrierte Kamera, die alles während der Fahrt automatisch aufnimmt und die Videos speichert. So können Sie völlig unbesorgt reisen. Außerdem gibt es fast 785 detaillierte Karten von Europa, die Ihnen alle Beschränkungen für schwere Nutzfahrzeuge zeigen. Dabei geht es speziell um gefährliche Kurven, Deckhöhen, Gewichtsbegrenzungen und mehr. Sie haben auch Anspruch auf alle Informationen zu den meisten Autobahnen und Hauptverkehrsstraßen. Dazu müssen Sie lediglich die Profildaten Ihres Fahrzeugs eingeben, um es zu personalisieren. Dies geschieht anhand der Länge, des Gewichts, der Höhe, der Breite und der zu transportierenden Gefahrstoffe. Mit der Smartphone-Link-Anwendung können Sie die Dasselcam 785 LMT mit Ihrem Android-Smartphone oder iPhone verbinden. Auf diese Weise haben Sie Zugang zu Echtzeitinformationen über Gefahrenzonen, Verkehr und anderes. Und hier erinnere Sie daran, dass Sie die besten Rabatte, die wir für Sie im Internet gefunden haben, erhalten können, wenn Sie auf die Links in der Beschreibung dieses Videos klicken. Auf den ersten Platz haben wir das Go Professional 6200 TomTom Truck GPS gewählt. Das TomTom Professional 6200 ist zweifellos das beste 2022 Schwerlast GPS in unserer Rangliste wegen seiner Eigenschaften, die es geschafft haben, einen mehr als zu befriedigen. Dieses Gerät hat eine sorgfältige Auswahl aller Points of Interest auf allen von DKV, Trucker und Park U-Bus angebotenen Plätzen getroffen. Das Ziel ist es, die Bedürfnisse und Erwartungen der Berufskraftfahrer zu erfüllen. Unabhängig von Ihrem geografischen Standort in Europa brauchen Sie nur die verschiedenen Sonderziele entlang Ihrer Route zu konsultieren und diese in der Nähe Ihrer Karte zu finden. Es gibt Ihnen Warnungen für den Verkehr auf der Straße. So vermeiden Sie plötzliches Bremsen, wenn Sie sich in einem Stau nähern. Sie erhalten auch Informationen über Risikogebiete und häufige Unfälle, um Ihre Route sicherer zu machen. Mit seiner Freisprechfunktion können Sie mit dem TomTom Go Professional völlig sicher fahren. Verbinden Sie dazu einfach Ihr Smartphone über Bluetooth, um direkt auf dem GPS-Bildschirm zu sehen, wer Sie anruft. So behalten Sie die Hände am Lenkrad, ohne die Augen von der Straße zu nehmen. Dank TomTom MyDrive sparen Sie Zeit, indem Sie Ihre Route effizient planen, jederzeit und überall. Ich lade Sie nun ein, zur Beschreibung dieses Videos zu gehen und auf die Links zu klicken, um alle vollständigen Spezifikationen und die besten Preise, die wir für Sie im Internet gefunden haben zu erhalten. Wenn das Video Ihnen geholfen hat, sich zu entscheiden, dann liken Sie das Video, das würde uns riesig freuen und abonnieren Sie den Top Tech-Kanal, um mit den nächsten Videos auf dem Laufenden zu bleiben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, das war Top Tech, ciao, ciao.